Das macht nichts. Kann ich hereinkommen? Kann ich hereinkommen? Setzen Sie sich bitte! Setzen Sie sich bitte! Öffnen Sie bitte das Buch! Öffnen Sie bitte das Buch! Auf welcher Seite sind wir? Wir sind auf Seite 20. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, hier sind sie. Ja, hier sind sie. Nein, ich habe sie vergessen. Nein, ich habe sie vergessen. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Wer möchte antworten? Wer möchte antworten? Ich möchte antworten. Ich stehe früh auf. Ich dusche jeden Morgen. Ich dusche jeden Morgen. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich gehe zur Arbeit. Ich gehe zur Arbeit. Ich nehme den Bus. Ich nehme den Bus. Der Bus ist voll. Der Bus ist voll. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Es gibt viel Verkehr. Es gibt viel Verkehr. Ich komme pünktlich an. Ich komme pünktlich an. Ich arbeite am Computer. Ich arbeite am Computer. Ich schreibe E-Mails. Ich schreibe E-Mails. Ich telefoniere mit Kunden. Ich telefoniere mit Kunden. Ich habe ein Meeting. Ich habe ein Meeting. Die Kollegen sind nett. Ich mache eine Kaffeepause. Die Arbeit macht Spaß. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Ich bleibe länger im Büro. Ich bleibe länger im Büro. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft. Ich ruhe mich aus. Ich ruhe mich aus. Hast du Pläne für den Abend? Hast du Pläne für den Abend? Ja, ich treffe Freunde. Ja, ich treffe Freunde. Nein, ich bleibe zu Hause. Nein, ich bleibe zu Hause. Ich lese ein Buch am Pool. Ich lese ein Buch am Pool. Die Ferien sind erholsam. Die Ferien sind erholsam. Die Ferien sind erholsam. Die Ferien sind erholsam. Ich muss zurück nach Hause. Ich muss zurück nach Hause. Ich muss zurück nach Hause. Ich fahre zum Flughafen. Ich fahre zum Flughafen. Ich fahre zum Flughafen. Der Rückflug ist verspätet. Der Rückflug ist verspätet. Ich warte geduldig. Ich warte geduldig. Ich komme spät nach Hause. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Ich teile meine Erlebnisse mit Freunden. Ich teile meine Erlebnisse mit Freunden. Ich melde mich später. Ich melde mich später. Ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Ich brauche Hilfe. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Wir sind zu spät. Wir sind zu spät. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Das ist nicht wichtig. Darf ich hier sitzen? Darf ich hier sitzen? Was empfehlen Sie? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Heute ist Montag. Heute ist Montag. Können Sie das wiederholen? Können Sie das wiederholen? Bitte sprechen Sie langsamer. Bitte sprechen Sie langsamer. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich mag Musik. Ich mag Musik. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Wo ist das Badezimmer? Wo ist das Badezimmer? Gibt es hier ein Restaurant? Gibt es hier ein Restaurant? Die Rechnung, bitte. Die Rechnung, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Gute Besserung. Gute Besserung. Viel Glück. Viel Glück. Was ist das? Was ist das? Dies ist ein Schmetterling. Dies ist ein Schmetterling. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist zehn Uhr. Es ist zehn Uhr. Ich bin müde. Ich bin müde. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Mark. Ich heiße Mark. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Ich verstehe nicht. Sprechen Sie Englisch? Vielen Dank! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Hallo! Hallo! Tschüss! Tschüss! Wer bist du? Wer bist du? Woher kommst du? Woher kommst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Was machst du? Was machst du? Ich bin Student. Ich arbeite als Lehrer. Ich arbeite als Lehrer. Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Ja, ein bisschen. Nein, ich spreche kein Deutsch. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Natürlich! Natürlich! Was kostet das? Was kostet das? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Meine Nummer ist 123.456.789. Meine Nummer ist 123.456.789. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einem Büro. Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Ich lese gern Bücher. Ich schwimme gern. Ich studiere Medizin. Mein Geburtstag ist im Mai. Mein Geburtstag ist im Mai. Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Ich bin krank. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich mag dich. Ich mag dich. Bis später. Bis später. Bis morgen. Bis morgen. Bis bald! Entschuldigung! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Keine Sorge! Alles ist gut. Alles ist gut. Wo ist die Bushaltestelle? Ich suche dieses Hotel. Ich suche dieses Hotel. Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich zum Flughafen? Können Sie mir den Weg zeigen? Können Sie mir den Weg zeigen? Haben Sie einen Stadtplan? Ich brauche ein Taxi. Ich brauche ein Taxi. Wie heißt es auf Deutsch? Wie heißt es auf Deutsch? Was bedeutet dieses Wort? Was bedeutet dieses Wort? Können Sie das aufschreiben? Können Sie das aufschreiben? Ich habe eine Reservierung. Ich habe eine Reservierung. Haben Sie ein freies Zimmer? Wie lange bleiben Sie? Wie lange bleiben Sie? Ich bleibe drei Nächte. Ich bleibe drei Nächte. Das Frühstück ist inklusive. Das Frühstück ist inklusive. Gibt es WLAN hier? Gibt es WLAN hier? Ich hätte gerne ein Wasser. Die Speisekarte? Bitte. Die Speisekarte. Bitte. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Ich möchte bezahlen. Ich möchte bezahlen. Kann ich mit Karte bezahlen? Kann ich mit Karte bezahlen? Wo ist der Supermarkt? Ich suche eine Apotheke. Ich suche eine Apotheke. Ich suche eine Apotheke. Wie viel kostet das Ticket? Wann fährt der Zug ab? Wann fährt der Zug ab? Wann fährt der Zug ab? Ich habe mein Gepäck verloren. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Rufen Sie bitte die Polizei. Wo ist das Krankenhaus? Ich fühle mich nicht gut. Haben Sie einen Tisch für zwei Personen? Das ist zu teuer. Können Sie den Preis reduzieren? Ich nehme es. Ich nehme es. Haben Sie das in einer anderen Farbe? Es passt nicht. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht und schlaf gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ihre Medizin Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich bin Student. Sprichst du Englisch? Sprichst du Englisch? Sprichst du Englisch? Ja, ich spreche Englisch. Nein, ich spreche kein Englisch. Kannst du mir helfen? Natürlich. Natürlich. Dankeschön. Dankeschön. Ich mag Fußball. Ich mag Fußball. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Nein, ich bin Einzelkind. Was ist deine Telefonnummer? Was ist deine Telefonnummer? Was ist deine Telefonnummer?